Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von So schaut's aus. Ja, die Trade-Deadline ist im vollen Gang, ist gerade vor kurzem vorbeigegangen. Einige Spieler haben noch den Verein gewechselt. Und Mark-Andre Fleury nach Minnesota, der Trade von Claude Giroud zu den Panthers haben wir schon gehabt. Also ein paar Trades, die über die Bühne gegangen sind, ein paar Karten haben sich auch geändert. Ein paar Karten sind schon auf die neuen umgemodelt worden und der Rest wird denke ich mal in den nächsten Tagen folgen. Damit schauen wir uns den neuen Content von heute an. Los geht's! Schauen wir zuerst zu den Trade-Deadline-Predictions und da ist recht interessant, ich glaube bis auf zwei, drei Spieler sind hier wirklich alle gewechselt. Also Klingberg ist noch bei den Stars, Corpizalo ist noch da, Riley Smith ist noch geblieben und dann glaube ich Krause noch bei Arizona, Georgiev ist auch geblieben. Also die vier sind die einzigen, wo noch von 16, die noch in ihrem alten Verein geblieben sind. Alle anderen sind gewechselt, haben sich hier sehr gut informiert. Allen voran natürlich Claude Giroud. Die Karte ist auf 96 gestiegen, was ich schade finde, es kam hier weder ein Synergieslot dazu, noch eine Fähigkeit, dass da, so war es bei den 95er Karten immer, dass die ab 95 noch mehr bekommen haben. So ist jeder Wert im Endeffekt nur um zwei gestiegen und das Skating um eins. Sonst hat sich bei den Karten leider nicht viel verändert, aber die Karte ist umgemodelt worden auf die Panthers. Genauso bei Richard Raquel, der jetzt bei Pittsburgh spielt. Lindholm ging nach Boston. Lechkonen nach Colorado, da bin ich auch gespannt, ich kannte den gar nicht, muss ich mir mal in live anschauen. Und weil die Karte schon echt gut ausschaut, so. Justin Braun, jetzt bei den Rangers. Klingberg ist geblieben, Giroud hat man neulich schon. Max Domi auch nach Carolina, habe ich auch nicht gedacht. Diesen Trade, Jan Kroeg hat man schon. Korpisalos ist geblieben, Riley Smith ist auch geblieben. Andrew Kopp zu den Rangers. Nick Letty nach St. Louis. Jacob Middleton war ihm im Trade, weil er in Minnesota einen Goalie zu viel hatte, haben sie den Karkonnen danach nach San Jose geschickt. Und dafür kam dann Jacob Middleton im Gegenzug. Georgieff ist geblieben, Krause geblieben. Das waren die Predictions. Also gut von 16 Stück bis auf 4. Alle richtig gehabt. Gute Recherche hier von den Machern von diesem Spiel. Dann haben wir noch weitere Spieler, die neue Karten erhalten haben, weil sie gewechselt sind. Da schauen wir uns doch nur die Besten an, aber ich möchte auch trotzdem auf jeden kurz eingehen. Travis Harmonic jetzt bei den Ottawa Senators. Travis Dermott jetzt bei Vancouver. Colin Blackwell ist zu den Toronto Maple Leafs gewechselt. Jeremy Lausanne zu den Nashville Predators. Und dann können wir schon mit den Karten angehen, die wir uns auch anschauen. Einfach macht hier der 88er Marcus Johnson, der zurück ist bei den Washington Capitals. Irgendwie ausverkauft bei Seattle. Die haben irgendwie jetzt für die nächsten drei Jahre über 40 Picks, wenn du bekommst mir vor. Also Marcus Johnson ist ein Center, 1,80 groß, 92 Kilo mit Hammerschuss oder Schlenzer. Dazu noch Gladiator. Wir haben Kreisel. Ich würde ihn nicht am Center spielen lassen. Er ist nur 1,80 groß, hat 79 am Face-Off. Eine 88er Karte, auch keine Synergie, die drauf geht. Aber für den Flügel, für die niedrigeren Teams mit 90 Beschleunung, 88 Tempo kann man den sicher einsetzen. Also keine besonders gute Karte, aber für Neuensteiger eine gute Empfehlung. Mason Appleton zurück in Winnipeg, 88er Karte, ein Center, 1,88 groß, 87 Kilo mit Bassing oder Flügelmann. Dazu noch Hammerschuss und die Urgewalt. Halt auch nur 73 am Face-Off für eine 88er Karte. Da müssen Sie fast mal schauen, was die Basis gerade gehabt hat. Wahrscheinlich hat die dann 7 am Face-Off gehabt, keine Ahnung. Also optimale Größe eigentlich für den Center, aber nicht einsetzbar. Nick Paul von Ottawa nach Tampa gewechselt, 89er Karte, ein Center, 1,91 groß. 99 Kilo mit Dieb oder Arbeitstier, dazu noch Zonenwirbler und den Blitzstart. Ja, so stelle ich mir eine Center-Karte vor. Wenn man beide Synergien so ankriegt, haben wir 89 am Face-Off. Dazu noch Silber, eine Blitzstart, kann man anmachen. Es ist auch schade, dass eine 89er Karte erst mal zwei Synergien braucht, um überhaupt so hohes Face-Off-Rating zu haben, wie die Karte ist. Aber bei der Größe ist es sicherlich brauchbar, auch dass dann der Zonenwirbler noch im Tempo auf Plus 2 geht. Das ist sicher von Vorteil. Also gute Karte von Nick Paul. Abschluss der ersten Welle von den heutigen Trade-Atlantic-Karten, die wir bekommen haben, ist der 91er Marc Giordano, jetzt neu bei Toronto Maple Leafs. Jeder Calgary-Fan wird sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Er ist ein rechter Verteidiger, 1,85 groß, 91 Kilo mit Arbeitstier oder Funke, dazu noch Verteiler. Wir haben Schläger hoch und Shutdown. Würde ich hier beides eigentlich schon zwingend so anmachen, weil er doch kein 1,95 Monster ist. 1,88 Beschleunung, 1,88 Tempo, auch leichte Abturner, geht dann zwar noch hoch mit den Synergien an, kommen wir auf 90 jeweils. Schuss von der Schlagschusskraft bei 4,90. Genauigkeit mit 87 auch in Ordnung. Defensiv wäre das in einem hohen 90er Bereich. Also eine sicherlich brauchbare Karte, aber dazu zwingend die Synergien oder die Fähigkeiten, die erforderlich. Dann haben wir wieder ein Tuesday Tilt Matchup und zwar die Washington Capitals gegen die St. Louis Blues. Da gibt es wieder zwei Karten von Tom Wilson und von Pavel Buchnevich, die jeweils dann mit 92 anfangen und dann je nachdem, ob sie ein Tor schießen, ob der Verein gewinnt, wie sie performen, dann auf 95 maximal steigen können. Die Karten kann man auch wieder nicht nur ziehen, sondern auch wieder hier über Sets machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass letzte Woche 45 Collectibles waren, die man hier gebraucht hat von den Trade Deadlines Collectibles. So steht es auch in meinem Klassenbuch, dem Klassenbuch glaube ich. Diesmal kostet es nur 40, wenn man trotzdem so viel bedenkt, dass so ein Collectibles 6.000 Münzen im Schnitt kostet. Also ich sage mal, die 40 Collectibles sind in den Taylor Hall reingesteckt, machen mehr sind als für die beiden Karten. Aber wir schauen uns die Karten natürlich gerne an. Hier nochmal die Bedingungen, plus 1 für jeden Punkt. Und es kommt ein anpassbarer Synergy Slot und eine Superstar-Fähigkeit dazu, wer die Statistiken am Schluss gewinnt. Das Spiel ist Washington gegen St. Louis und natürlich kann die Karte... Ich sehe halt nicht, dass maximal 95 werden kann, weil so war es ja bisher immer. Kann sogar möglich sein, als wenn jetzt Tom Wilson ein Headtrick schießt und fünf Vorlagen macht, dass die auf 99 geht. Möglich. Es steht ja zumindest keine Begrenzung, so hat man es ja sonst immer. Pavel Buchnevic ist ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 87 Kilo mit Knipser oder Protektor. Dankeschön. Dazu noch der Verteiler oder der Flügelmann. Wir haben hier Kreisel und das dritte Auge. An sich mit 93 Besteuerung, 91 Tempo, beziehungsweise wenn man das hier ankriegt, kommen wir auf 93 Tempo. Man könnte allerdings auch auf 95 Besteuerung gehen, wäre mir beim Verteidiger zwar lieber. Also hier würde ich mit dem Verteiler gehen. Schuss im hohen 90-Bereich, Hände schon Richtung perfekt. Beziehungsweise, puh, Richtung perfekt. Bodychecken bei 87 ist auch in Ordnung, er ist keine 1,75. Also eine echt gute Karte von Pavel Buchnevic könnte so ein sneaky Buy sein, wenn er eben einen Hedtrick macht oder drei Punkte macht. So mit Kreisland könnte es echt ein brauchbar rechter Flügelspieler werden. Ist er jetzt schon, aber der könnte nochmal einen Tick besser werden. Im Gegenzug haben wir gleich einen komplett anderen Spielertyp eigentlich. Von den Washington Capers sind es wohl uns gerade Tom Wilson. Linker Flügelspieler, 1,93 groß, 100 Kilo. Wir haben hier Arbeitstier oder Flügelmann, dazu noch Verteiler oder Zonenwirbler. Wir haben den Nahkampf und die Wildheit. Im Prinzip von den Maßen und von der Karte her wie Stefan Matot, die Meisterheldenkarte, die gerade draußen ist. Klar, der wäre mir tausend mal lieber. Auch hier Wildheit würde ich nicht anmachen, dass jeder, auch wenn es schön ist bei Verteidigen, aber bei so einem Monster, das eh schon 99 checken und alles auf 99 hat, mehr oder weniger, was defensiv angeht, ist da jeder Hit, sei denn auch so fair, ist so eine Strafe. Der Nahkampf kann man hier anmachen, kann den vorm Tor parken. Wir haben von Haus aus 87 Besteuerung, 88 Tempo. Balance bei 96 ist klar, so schnell wirft ihn keiner um. Schuss im niedrigen 90er Bereich, Hände genauso. Defensiv werde ich schon angesprochen, sind im hohen 90er Bereich bis perfekt. Also Superkarte mit beiden Synergien, jetzt so ankommen auf 89 Besteuerung, 90 Tempo. Ist von so einem großen Spieler okay, kann man auch nicht anders anwenden. Also egal, wie man es jetzt hier dreht, das ist das Ende. Ist für so einen großen Spieler toll. Also wenn ihr Stefan Matosch und Mikko Rant dann auf solche Karten steht, dann ist Tom Wilson eigentlich der Nächste in der Reihe. Und wenn dann der wirklich punkten sollte, dann könnt ihr auch nochmal ein bisschen aufschließen zu den Meisterhelden bzw. zu der Team of the Year Karte. Dann haben wir noch drei neue nennenswerte Primetime Karten. Davon wirkt sich auch eine auf die X-Faktor aus. Und zwar anfangs macht hier der 93er David Perron. Von den St. Louis Blues. Linker Flügelspieler 1, 83 groß, 91 Kilo. Wir haben Funke oder Arbeitstier, dazu noch Buzzing, One Tee und den Scharfschützen. Geschwindigkeit und Tempo ist nur bei 90. Für eine 93er Karte ist es ein leichter Abturner, Schuss im mittleren 90er Bereich. Hände genauso, Bodychecken auch so. Ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, von den Linkenspieler Flügel gibt es bessere, schnellere Spiele, die auch noch ein Tick größer sind. So kommen wir auf 92, Beschleunung, 91 Tempo. Klar, nicht der Schlechteste, aber da gibt es bessere Alternativen. Dann haben wir, ich glaube, mit einer der häufigsten Karten dieses Jahr, den 93er Igor Shesterkin von New York Rangers. Ein Goalie, 1, 85 groß, 82 Kilo. Ausgewogen und deep, dazu noch Protektor. Silberne Pfosten und Pfosten und die goldene leichte Arbeit. Also die Karten sind immer besser, aber er wird nicht größer. Das ist so das Problem. Also da möchte ich gerne mal, vielleicht hole ich mir mal echt einen, nur um zu schauen, wie der sich so spielt. Weil ich denke einfach, dass der Größennachteil da zu massiv ist. Ingegenheit ist das so ein 1,93, 1,96 Monster. Würde ich gerne mal ausprobieren. So, die Werte sind alle super. Wir haben die Aggressivität bei 73, Tempo ist bei 95, Handschuh bei 92. Also alles toll, aber die Größe ist einfach der Knackpunkt für mich hier immer. Fähigkeit, würde ich hier beide mal versuchen anzumachen. Vielleicht hole ich mir den einfach mal. Aber das ist auch so ein Kandidat, wo ich mir sicher bin, da kommt eine Team of the Season-Karte raus. Also kann man da auch nochmal drauf warten, oder drauf spekulieren, dass noch weitere Karten von ihm rauskommen. Abschluss macht von den Pittsburgh Penguins der 97er Sidney Crosby. Ein Center, oder mittlerweile kann man sogar als rechten Flügelspieler einsetzen. 1,80 groß, 91 Kilo mit Funke oder Arbeitstier. Dazu noch Buzzing. Wir haben den silbernen Blitzstart und den goldenen Sehende Auge. Also der goldene Blitzstart wäre noch besser, aber so haben wir 93 Bestellung, 93 Tempo, Schuss fast perfekt. Hände sind perfekt, Defensive auch einen hohen 90er Bereich, 96 am Face-Off. Also auch wenn er nur 1,80 groß ist, hat er doch mit 91 Kilo gut Masse dahinter. Ich finde, der spielt sich am Center immer sehr gut. Mit Synergien an 0,95 Bestellung, 94 Tempo, kann man eben genauso auf dem rechten Flügel einsetzen. Und dann, wenn man dann Center spielen lassen will, dann mit silbernen Blitzstart. Ich sage immer, Cross-Pick-Karten spielen sich besser, als sie eigentlich von den Werten her dastehen und spielen sich auch größer. Von dem her definitiv eine Empfehlung. Seine X-Fact-Doc hat ja auch upgradbar auf 97, aber 200.000 Münzen oder 8 Power-Up-Collectables. Klar, wir haben einen Anstieg von Beschleunigung und Tempo, um jeweils 1, jeder andere Wert geht um plus 2 hoch. Das ist nice zu haben. Auch, dass hier noch der Funke mit dazu kommt, kann nicht schaden. Aber hier ist halt wieder der Unterschied bei der Primetime-Karte. Ich habe mal 2 Slots mit Skating-Synergien. Ich kann es nochmal schauen. Wir haben hier einmal Arbeitszieher und hier einmal Buzzing. Auch wenn es nur Buzzing ist und kein Zonenwirbler oder kein Verteiler. Wir haben halt trotzdem 2 Slots, wo es hochgeht. Hier haben wir bei der X-Factor-Karte nur einen Slot. Das muss man sich entscheiden. Geht man jetzt auf Zonenwirbler, was ich in dem Fall machen würde. Also entweder Deep, wahrscheinlich Deep und dann Zonenwirbler oder Verteiler. Aber man kann halt nicht zwischen 2 wählen. Von dem her hat für mich die Primetime-Karte heute eigentlich einen höheren Wert als diese X-Factor-Karte. Zumal die Synergien haben wir auch keinen Blitzstatt dabei. Weder Silber noch Gold. Was für mich der Abteuer in dem Fall ist. Und mir wäre die Primetime-Karte viel lieber. Und ich würde niemals diese 200.000 Münzen oder 8 Power-Up-Collectables investieren, um den Upgrade zu machen. Also da lieber... Allein die letzten 2 Ränge, wenn man bedenkt, der Rang kostet jetzt 200.000, der davor war noch 150.000. So rein von den Kosten her. Ich denke mal, ihr kriegt die neue 97er-Karte für weniger als 350.000 Münzen. Oder nehmen wir mal einen Rang dazu, dann wären wir bei 475.000. Da geht die Karte auf jeden Fall billiger weg, die X-Factor-Karte. Und das ist im Schnitt auch sogar noch ein Tick besser. Also keine Chance, hier den Upgrade zu machen. Und damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angekommen. Ich bin heute etwas bei den Lady Flames aktiv, die mit diesem Kader hier Elf-Siege im Hoodchamps geholt haben. Sehr schön. Und da haben wir am Mittwoch die Belohnungen. Morgen gibt es ein neues Team der Woche. Nein, Schmarrie, morgen ist das Dienstag. Morgen gibt es einen neuen Hoodrush-Modus. Wir haben morgen bestimmt noch weitere Karten. Ich denke mal, morgen die X-Factor-Karte von Flurry wird hochgehen. Ich denke mal, dass die anderen Spiele, die noch gewechselt sind... Manche Trades kommen jetzt nach und nach raus, die wo noch pending waren bzw. noch nicht bestätigt wurden. Die wo dann so nach und nach erst alle rausgeräumt wurden. Da kann noch bis in die Nacht rein was passieren. Und ich denke mal, da werden wir morgen auch die ein oder andere Karte dabei haben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Immer daran denken, Kanal liken, Videos liken, abonnieren und immer daran denken, einschalten und sauber bleiben. So schaut es aus. Ciao. Ciao.